San Marco in Boccalama war eine Insel in der mittleren Lagune von Venedig und weit der Motte di Volpego und Descanale Campanella. Bis zum 16. Jahrhundert war sie in Karten verzeichnet, danach nur noch als zerstörte oder verlorene Insel. Im 19. Jahrhundert wurde sie gar nicht mehr verzeichnet. Seit den 1960er Jahren ist sie eine bedeutende archäologische Fundstätte für die spätmittelalterliche Geschichte der Lagune. Vor allem fand man eine 38 Meter lange und 5 Meter breite Galere aus der Zeit um 1300. Geschichte, bereits um 960 könnte eine der HL. Maria geweihte Kirche auf der Insel bestanden haben. Hinzu kam ein Kloster von Regularkanonikern der Augustiner und ein Friedhof. 1013 entstand die Kirche S. Marco de Lama oder de Boccalama. Die Strömung des in die Lagune mündenden Flusses Brenta bedrohte die Insel vor 1320 doch als dieser Fluss umgeleitet wurde. Und das Wasser 1327 gegenüber den Motte di Volpego, also nicht mehr direkt gegenüber San Marco in Boccalama in die Lagune strömte, tauchte die Insel für einige Zeit wieder auf. Daraufhin ließ der Abt auf der Grundlage einer Erlebnis, die ihm der Große Rat am 28. Juli 1328 erteilt hatte, ein neues Gästehaus und weitere Gebäude errichten. Bereits 1347 mussten die Mönche die Insel jedoch verlassen. Sie wurde 1348 für die Opfer der Pest als Friedhof freigegeben. Zwar kehrten die Mönche spätestens Anfang der 1380er wieder zurück, doch mussten sie die Insel Anfang des 15. Jahrhunderts endgültig aufgeben. 1442 ließ der Papst die Renten des Klosters auf eine andere Kirche übertragen, das Priesteramt konnte nur noch als Sinecure vergeben werden, denn es gab keine Gemeinde mehr. Zu dieser Zeit verfiel die Kirche bereits. Die Sinecure wurde letztmals 1485 vergeben. Schon im 15. Jahrhundert berichtet Marc-Antonio Sabellico von Ruinen auf der Insel. Im 16. Jahrhundert konnte man sich kaum mehr an ihren Standort erinnern. Christopher Rosa Bardino kannte allerdings noch ihre genaue Position. Ausgrabung der Kirche und des Klosters 1966 bis 1969 wurde unter Leitung des Ehreninspektors der Suprintendenza Archeologica del Veneto Ernesto Canal eine archäologische Grabungskampagne durchgeführt. Die Grabungsstätte befand sich rund 700 Meter nordwestlich von der Insel Campana, 2500 Meter südlich von der Insel San Angelo de la Polva und etwa 1300 Meter östlich der Motte di Volpego. Das untersuchte Gebiet umfasste eine Fläche von etwa 1000 x 200 Meter. Zahlreiche Knochenfunde wurden den Pesttoten von 1348 zugerechnet. Zum Bau des mit A bezeichneten Gebäudes wurden Ziegel mit dem Format 17 x 8,5 x 4,5 benutzt, für Gebäude B 21 x 10,5 x 4,5. Dabei hatte das letztere Gebäude eine Länge von 30 und eine Breite von 20 Meter. Gebäude A wurde ohne Schlamm und wassersichere Pfähle errichtet, sodass man annehmen muss, dass zur Entstehungszeit der Untergrund noch fest war. Beim zweiten Gebäude war der Untergrund bereits weicher, sodass hier Sicherungen eingebaut werden mussten. Im Zusammenhang mit der Aufweichung des Untergrunds sprach man von Impaludamento, also Versumpfung. Das Gebiet wurde 1452 zu einem Schutzdamm umgebaut, doch wurde es wenige Jahre später von den Wellen zerstört. Anscheinend gab es in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen letzten Versuch, einen Damm zu errichten. Fund einer Galere und eines Transportschiffs 1996 bis 1997 wurden anlässlich von Kanalbauten und von Bemühungen, die lokalen Bahrene zu schützen, erneut archäologische Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden zwei Schiffe aus der Zeit um 1300 entdeckt, die im Spätmittelalter als Verschalungen verwendet worden waren. Dies stand mit Rettungsversuchen in Zusammenhang, die zu dieser Zeit letztlich erfolglos durchgeführt worden waren. Während es sich bei dem einen der Schiffe um ein Plattbodenschiff handelte, war das andere eine Galere. Damit wurde zum ersten Mal eine Galere aus dieser frühen Phase ausgegraben. Das Gebiet ist allerdings durch die starken Strömungen des verbreiterten und vertieften Kanals zwischen Malamoco und Magera von Erosion bedroht. Darüber hinaus bestand akute Gefahr durch die aggressiven Fangmethoden der Muschelfischer. Daher sicherte der Magistrato alla Consorzio Venezia nur wahr das Gebiet provisorisch ab. Zwei Ministerien und ein Forschungsinstitut waren an dem Ausgrabungsprojekt beteiligt, nämlich das für Kulturgüter und Aktivitäten, für Infrastruktur und Transport sowie die Universität Venedig. Hinzu kam das Unternehmen I3SNC. Die eigentliche Grabung fand von Juni bis Oktober 2001 statt. An 42 Tagen wurde sechs Stunden lang in Tiefen zwischen 1,30 und 2,50 Meter unterhalb des Meeresspiegels gearbeitet, je nach Tidenhöhe. Dazu wurde das Wasser partiell abgepumpt, wobei Eile geboten war, um das Holz nicht zu lange ungeschützt der Luft auszusetzen. Bei Sichttiefen von maximal 60 Zentimeter war es schwierig auch nur zu fotografieren, sodass man sich entschloss, die Fundstellen der beiden Schiffe sukzessive trocken zu legen. Dabei handelte es sich um eine Fläche von rund einem Hektar. Kurz vor Abschluss der Arbeiten wurde in der Galere eine Skizze einer Galere entdeckt. Auf der eingeritzten Skizze ist ein für die damaligen Verhältnisse moderner Schiffstyp dargestellt, bei dem auf jeder Bank drei Ruderer saßen, die jeweils ihr eigenes Ruder führten. Auch der Typ des Steuerruders am Heck war ungewöhnlich. Von ihm war bis dahin angenommen worden, dass er erst später aus Nordeuropa übernommen worden war, wo er bereits seit etwa 1200 in Gebrauch war. Das ältere Seitenruder zeigt etwa noch der Plan Venedigs von Jacopo de Barbary aus dem Jahr 1500 wohl deshalb, weil damit ein gewisser Konservatismus zum Ausdruck gebracht werden sollte. Das Schiff ließ sich auf die Zeit zwischen dem späten 13. und der Mitte des 14. Jahrhunderts datieren. Seine Maße betrugen 38 Meter Länge und bis zu 5 Meter Breite. Das zweite Schiff, das gehoben wurde, eine Raskona, ein gängiger Schiffstyp zum Transport von Massengütern, war 23,6 Meter lang und 6 Meter breit. Die Seitenwände haben sich bis zu einer Höhe von rund 80 Zentimeter erhalten. Vielen Dank.